Hey Leute, willkommen zurück zu Dragons Dogma Darkerism. Ihr fragt euch, warum bin ich in Grand Sauron? So, ich habe jetzt natürlich auf der Insel Finstergramm von der letzten Person einen Drachen noch offscreen geplättet. Es wurde nur mein Stab veredelt und der beläuft sich jetzt ohne Spaß auf 1500 Damage. Genau, 1500 Damage. Ich finde aber, ich merke kaum was von diesen 1500 Damage. Jedenfalls, ja genau, ich habe mir das Drachenstundenband von Chantal genommen. Habe das hier verbessert, denn ich finde das ziemlich cool. Es heilt meine Verbündeten und es schaut gut aus. Jedenfalls, was habe ich noch gemacht? Genau, ich habe diesen Ring hier. Ring der Basis hat erhöht Stärke um 30 im Donnerwiderstand. Die gute Moonsong hat gesagt, tu doch beim Entfluchen der Gegenstände deine Klasse erinnern. Dann gibt es vielleicht bessere Gegenstände. Ja, habe ich gemacht. So, Chantal, ihr seht es, hat neu bekommen dazu... Ne, ich weiß es nicht. Genau, hier, das Mistel-Diadem. Schaut ziemlich komisch aus, aber irgendwie auch cool. Oh, Chantal, du schaust allgemein voll episch aus. Nur, das könnte man noch verbessern. Ein bisschen heller. Wäre cool. So, ich habe mich auch entschlossen, dem Ende entgegenzusehen. Los geht's. Ich werde offscreen, also nach dem eigentlichen LP, auf jeden Fall noch weiterspielen. Wo muss ich hin? Ich habe ein kleines Problem, Leute. Ich habe nämlich keinen Plan, wo ich hin muss. Oh, ich glaube, das war falsch. Ja, komm. Hoch mit dir. Wo bin ich denn hier? Hier bin ich definitiv falsch. Ich muss nämlich... Na, wo muss ich denn hin? Muss ich da rüber? Nee. Bin ich dran vorbei? Auch nicht. Ja, Heiland, zack, wo ist es denn? Komm, wir jumpen einfach mal. Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht, ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Ah, das ist so schnell. Jesus. Ah, ich fahre. Ich bin dran vorbeigefallen. Ja, es geht ein bisschen schnell. Übrigens, Chantal hat fast 3000 Leben. Da, da ist es. Bevor wir sie weiterreden lassen. Übrigens, ich werde wahrscheinlich den Kampf gegen den uralten Drachen als Extrafolge irgendwann mal ranhängen und nochmal Daemon als Extrafolge ranhängen. Also irgendwann, so zwei Parts werden das sein, auch wenn es dann vielleicht eine Stunde lang ist. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Dieser Rift, born of the Wakestones power, will guide you forward, a reason. I fear there will be no returning to this place. Are you prepared to journey on? Joop, ich bin bereit. May the world be put right by your hand. Holy moly. I've learned what to do in this quest. Yay, Level 78. Chantal 74. Da seht ihr, wie oft ich ohne Chantal was gemacht habe. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Der Truch ist es. Truch ist es. Freiheit, Trophy, geil. Geil. Well met, Arisen. I'll not waste time on rhetoric. Defeat me. And take my place as keeper of this world. You saw it awaiting you at the end of your descent. Aye. The same world you've traveled to arrive at this place. A world you may well now inherit. It is a simple proposition. No different than any you've faced. You need only the will to claim what is offered you. The will to survive. Is this God? Yes. Fight Arisen. Wow. Ähm, ich möchte vorher meinen Auftrag durchlesen. Ähm, da. Okay, ja. Ja, dann los geht's. Oh, du bist aber nicht stark. I ask you, what is it that makes you alive? Tis volition, unbending will. You are here because you will is, that alone has brought you. Eh? Uh, you are here because you come from knowing that you've got to be safe. Das ist Gott. Das ist Gott. Das ist die Wahrheit. Die unbendingen Realität einer Welt ohne Kompassion. Der Welt und alle denisenden sind nur verletzige Vesseln. In diesem Fall ist es nicht anders als die Pawns. Kein Volition gibt es keine realen Leben. Der Welt fährt stagnant, tot wie ein Ozean, mit keinem Grund, um es zu steigen. Diese Volition wird durch die Struggle für die Survival. Die Entscheidung, wie deiner, um zu kämpfen. Just as die Pawns brauchen ein Master's Command, so die Welt thirsts für die Wille, um zu leben. Lass uns weitergehen! Alter! So, ich möchte noch mal meinen Auftrag checken. Lasst euch von Trübelnützung nicht mehr irren, befreit euch den jeglichen Zweifeln, greift weiter an. Okay. Ja, der hält ja nichts aus. Show that the temper of your soul is strong enough to command far more than mere pawns. Show that your will is fit to bind the fraying sepul of this world and hold it fast. Fight tooth and claw! Struggle now and cling to life! Show that the little holes worth enough to fight for! Jawoll! Ja, das bin ich. Klika 2 Poets gespulso ja Aus We друга eh, jetzt bin ich. Ach, der Kreislauf geht weiter, ne? Geh zurück, und ich werde dir eine Schmerzung des Todes. Die Wahl ist deine. Deine allein. Die Wahl ist eine einzige Wahl. Gehen oder zurück. Die Kammer der Wahl. Verdammte Axt. Äh, was sagen die Aufträge? Gebt nach und wählt ein Leben in Frieden oder fahrt fort und macht euch zum Kampf bereit. Die letzte Wahl müsst ihr, ihr müsst sie treffen. Ne, ne. Wir kämpfen. Geh. There is not to be gained from my words in my mind. Need to create no voice for one of my stature. Wahnsinn. Die sterben jetzt alle. Ich würde noch nicht mehr so bleiben, aber nur so wie du eine Death-Ere. Instead, I ask only that you keep us in mind. Sorry. Tut mir leid. All I must do is to... Me at the side of those I love. On the... So ein Arsch. Musste ich jetzt alle töten? Das Paradoxum, ey, das ist der Wahnsinn. Die Story, also ich finde das Ende echt fett. Alleine schon mit dem Drachen und dann jetzt noch das, sondern Dark Arisen, cool. You are close now. So very close to me. Come, Arisen. I shall meet you on your own terms. Join by my own companions of all. You stand now at its end, Arisen. See your journey through. Tja, mein lieber Herr Gegner, du hattest noch nicht das DLC-Inventar. Äh, das... Wow, wow, wow. Das ist doch übrigens der aus der Demo. Forever. Watch its attack, Sir. Attack! It is a fight that moves. It repeats upon itself that all in the world may lose. And so the cycle continues. I've got him. Strike now. Arisen, Entschuldigung. All I've done is to test your will. It is the fate of all Arisen. You and I are swept up in the current, same as the rest. Each tempers the volition of the next, and the endless cycle continues. And so, until the coming of a new soul fit to craft the will to live, someone like you. Until that day, may you guide the world ever justly. I present you with the God's Bane Blade. Those who arise to oversee this world are undying, save by this brand's kiss. I ask that you, as the world's new sinister, use it now, to vouch for freedom to your weary servant. A strong will is needed to sustain the world, and one stronger still to end it. Even if you have the first lift, do not care. Eh, Auftrag. Was sagt das Auftragsbuch? Ich soll ihn töten. Was ist, wenn ich hier einfach hingehe? Kann ich mich setzen? Hehe, cool. Ähm, ganz schön finster. Findet ihr nicht? Wie, die Katze. Niaut sie da. Sorry, Leute. Woah, Coco, ich werde dich vermissen. Bist ganz schön gesprächig jetzt. You crown sovereign and keeper of eternity. The fire of my life is spent in Guttering. Give me freedom, with the kiss of the God's Bane Blade. If there is art you wish to know before my death. Ich will dich erst... Ja, genau. Ähm. Was ist der Truch, Sis? The seneschal is steward to the world. The world you traveled now rests in your care. Just as the arisen calls pawn into being and sets them to motion. The seneschal holds dominion over all living things. There are those who would call such a being maker. For I cannot deny the claim any more than affirm it. Also es ist quasi ein Gott. Also er war bis jetzt Gott. This is the look of... Of the world. New crown song. If there is art you wish to know before my death. My knowledge as my old... As you wish enter and end in your... Hey. I am defeated, Fred. Quatsch nicht so viel. New crown. If there is art you wish to know. Mourn me not. For I welcome the release. At long last I am free of eternity. Of infinity. Free of the cruel unending ring. Level 79, hey. Jetzt wäre ich eigentlich soweit erst für die Bitter Black Island. Ja. Lebt euer Leben. Ähm. Oh. Ich bin Gott und somit unsichtbar. Doch, ich kann verletzen. Kann ich sprechen? Nein, ich kann nicht interagieren. Ich kann nur töten. Töten und verletzen. Mehr kann ich nicht. Mehr geht nicht. Ich bin nun Gott. Gott dieser Welt. Erschaffer der Vasallen. Lenker des Willens. Es gibt nur einen sonderbaren Ort, an dem man die Welt so hinnehmen kann, wie sie jetzt ist. Hier, wo alles begann. Ähm. Ich hab ein Problem. Warum kann ich die Götterbahnklinge nicht benutzen? Ähm. Kann ich sterben? Es ist die... Ah, okay. Der Laken kommt doch. Okay. Ich... Ich... Aber... Ich verstehe nicht. Ich bin unsichtbar. Ich will nicht unsichtbar sein. Leute, ich dachte ich hab die Götterbahnklinge. Hä? Auftrag? Ähm. Und was ist mit Götterbahnklinge? Töten? Sterben? New Game Plus? Hat jemand ne Antwort für mich? Wär cool. Kann ich Schaden nehmen? Kann ich nicht. Kann ich nicht. Okay. Ich bin... Gut. Ich soll für ewig weilen hier im Unendlichkeitsstadium. Schön. Ich hab mir das New Game Plus verbaut. Geil, Alter. Nanu? Kann ich echt nichts machen? Ich kann nichts machen. Außer... Beenden und... Zum letzten... Zurück zum letzten Kontrollpunkt. Ja, was war ein Kontrollpunkt? Na gut, Leute. Mhm. Ja. Ich sag danke fürs Zusehen. Das war's. Dragon's Dogma. Darker Risen. Wie gesagt, vielleicht folgen zwei Extrafolgen. Mit dem uralten Drachen und nochmal Damien. Und ähm... Der Gefahrtertod, der wird auch sterben. Also vernichtet werden. Ich sag danke fürs Zusehen. Das war's. Mit diesem... Glanzvollen Projekt. Gott, die Uhrzeit. Leck mich fett. Der Bart ist übelst lang. Ist mir Schnuppe. Tschüss Leute. Macht's gut. Ah, ich bin so traurig jetzt. Ne, wirklich. Ich bin traurig. Aber ich find die Idee genial. Mit dem Unendlichkeitsding und so. Nur hätte man aufgepasst und nicht so wie ich. Dann hätte man, äh... Ja, die Klinge gezückt und sich selber getötet. Dann hätte man wenigstens noch die Chance auf ein New Game Plus gehabt. Ne? Das Schlimme ist, ich kann nicht mal sterben. Das war's. Oh Mann, ich bin traurig. Hätte ich mir doch die Credits ansehen können. Hä, hier ist ne Kiste. Kann ich die öffnen? Ich kann keine Kisten öffnen. Mein Leben ist nicht mehr lebenswert. Oh Mann. Auf Wiedersehen.